Lieber Norbert Röttgen, lieber Oliver Wittke, lieber Klaus Kaiser, lieber Matthias Kerkhoff, liebe Landtagskandidaten aus dem ganzen Südwestfalen, lieber Europaabgeordneter und lieber Kollege Sendsburg aus dem Deutschen Bundestag, aber vor allen Dingen Sie, jetzt habe ich den Landrat noch vergessen und den Bürgermeister, aber vor allen Dingen Sie hier, die Sie heute Abend auf diesen Platz gekommen sind, um mit uns darüber nachzudenken, was in zehn Tagen Sie zu entscheiden haben. Es geht ja darum, dass wir, wie wir hier oben auf der Bühne stehen, werben. Werben darum, dass wir eine Entscheidung treffen, dass sich etwas ändert in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, das ist Ihr Heimatland. Die Jüngeren hier auf dem Platz, die sind zu allermeist wahrscheinlich hier geboren. Die Älteren haben die Entwicklung dieser Region verfolgt. Manche sind hierher gezogen, weil hier viel Wirtschaft ist, viel Industrie, weil man hier gute Arbeit hat. Und jetzt geht es darum, wie sich das Sauerland, wie sich Ihre Region in den nächsten fünf Jahren entwickelt.